Oh je, die Dachrinne tropft. Ist es ein Loch? Ist eine Lötnaht gerissen? Beides kein Problem für Pytoflex, den Problemlöser. Pytoflex umgreift die Dachrinne so stark wie eine Python. Und so einfach geht's. Schnappen, Spannen, Dicht. Pytoflex, die professionelle Dachrinnenabdichtung in wenigen Sekunden. Spannautomatik, Hightech-Dichtung und Schnapper garantieren eine dauerhaft flexible Abdichtung mit vollwertiger Ausdehnungsfunktion. Die flexiblen Pytoflex Dachrinnenschellen sind in allen gängigen Dachrinnengrößen und Metallwerkstoffen verfügbar. Egal ob Neuinstallation oder Reparatur. Für alle Fälle ist Pytoflex die flexiblere Lösung. Schnappen statt löten. Leichter geht's nicht. Schnappen statt löten. Schnappen statt löten.